Schlechter Test, Lylas Brief. Lila, vielen Dank für die Packung Süßigkeiten. Ich liebe die. Du bist nett. Ach, süß. Laser-Tech-Foto. Oh, das ist doch. Lübe ab, ja. Schlechte Noten. Wie alt ist der? Neun war er, glaube ich. Ja. In dem Alter hat man wirklich anderes im Kopf. Später auch. Das ist, ja. Lass uns nicht über Schule reden. Lass mal das ganze Zimmer durchsuchen. Wer hätte gedacht, Minecraft zu spielen würde, ihn zurück zu seinen Blöcken bringen. Ich habe das für eine Mädchen in der 8. Klasse. Aber ich habe ihn ausprobiert. Ich habe ihn ausprobiert. Ich habe ihn ausprobiert. Oh Mann, ich fühle mich älter. Ein Garten von Lila. Daniel hat nie so nah zu erinnern, dass sie zu erinnern hat. Unterbieter. Zu gut, dass wir nicht haben, dass sie alle uns riefen haben. Mhm. Kevin Diaz. Da sind schon Krutz drauf. Sekunde. Krut. hmm work hard mustard pick and text this thing is so cheap and ugly. I love it. I love it. I love it. I love it. Es hat sich wieder lacht. Warum? Der! Ich habe ihm gesagt, nicht zu kommen. Er ist niemals zu hören. Er hat mich gefangen und die Trophäe genommen hat. Er ist schweig. Er macht immer das, wenn er sich verletzt hat. Enough! Wir beide besser hören, denn ich habe diesen Krab. Okay? Das ist mein Haus, auch nicht dein Spiel. Du hörst mich? Jeezu. Ihr seid meine letzte Nerve, diese Woche. Ihr okay, mijo? Ich werde mit deinem Bruder sprechen. Du kennst die dritte. Bedroom und keine Spiele. Ich habe nichts gemacht. Uh-huh. Let's talk. Jetzt. Das ist so schweig. Das ist schweig. Okay. Du hast wirklich das Buch eine Lehre. Du bist fertig? Hm? Whatever. Like, you're gonna believe me. Daniel's always right. Was? Hm. Hm. Hör, Sean. Ich kann das nicht auf meiner eigenen. Ich... Ich... Ich kann das nicht. Ich brauche dich, mich zu helfen. Ich weiß, dass du nicht mehr babysittert Daniel. Du wirst aufgetreten. Du brauchst. Du brauchst Raum, mehr Freiheit. Ich will den hier nicht bewegen. Wir haben jetzt einen Reino. Wir wollen ein bisschen Verantwortung. Das kleine Scheiße ist nur ein Kind. Du bist fast ein Adult. Ich weiß das. Und ich schaue ihn an. Ich versuche. Aber er ist ein kleiner... Brat. So war du. Und du hattest acht Jahre, zu spüren, bevor du mit deinem kleinen Bruder spüren musste. Ich weiß, es könnte schlau sein. Aber wir müssen für ihn ein guter Rolle Modeller sein. Er ist Elias. Oder? Wirklich Baby-Sitten. Okay. Ich höre dich. Ich versuche. Ich versuche. Super, bro. Ich versuche. Ich versuche. Wie du jetzt bist. Ich versuche. Ich versuche. Ich versuche. Ich versuche. Ich versuche. Ich versuche. Wir gehen in den Filmen, wenn ihr nicht das Haus verbrechen. Ich weiß, dass ihr das liebt. Aber ich bin stolz. Ich versuche. Ich versuche. Ich versuche. Ich versuche. Ich werde. Ich versuche. Ich versuche. Ich versuche. Sie ist mehr entschuldig, als ich bin. Wir brauchen mit dem Reservoir morgen. Ohne mich Hausaufgaben. So ein Schwachsinn. Er kommt, und zwar ganz ohne. Weh, da ist ein hoher Zaun. Spring drüber, du Starathlet. Drahtschneider, nur für jeden Fall. Ein andermal. Es gibt keinen Ausweg, Geburtstagskind. Geh ans Telefon aus. Abspringen ist nicht. Doch, doch. Sie werden es. So viel Bullshit. Aber ich habe Telefon und Partybillen jetzt. Sehr geehrter Herr Manager der Z-Mark Verkaufsabteilung. Mein Name ist Jean Diaz. Ich bin ein 16-jähriger Schüler mit einem Notendurchschnitt von 2,5. Mrs. Castillo vom Jugend-Zukunft-Projekt hat mir ihr Geschäft und ihre Abteilung empfohlen, um mich auf eine Position als Teilzeitassistent zu bewerben. Ich habe im Kundendienst der Werkstatt meines Vaters gearbeitet, seit ich 13 war und habe Erfahrungen mit Menschen und Kassensystemen. Als Läufer ist mir die Bedeutung von Teamarbeit bewusst. Und da ich ihre Sportabteilung bereits kenne, denke ich, dass ich eine gute Ergänzung für das Verkaufsteam des Z-Marks wäre. Vielen Dank für Ihre Zeit und ich hoffe, dass ich bald von Ihnen höre. Freundin Grüßen, Jean Diaz. Eine erste Bewerbung. Ich hätte schon einige Bewerbungen schreiben müssen. Ja, die kann auch ein bisschen verbessert werden. Man kennt schlichter Anfang. Einfach eindringen. Oh, es ist. Komm, du. Ich weiß nicht, wer das ist, aber es ist total rad. Hey, Daniel. Warum bist du schlappst? Ein junger Spassierer sollte nie schlappst. Wir müssen starken gegen den Z-Mark. Komm, Mann. Ich schlappe aus der Bedeutung hier. Lass mich allein. Okay, ich schlappe. Oh, du hast diesen Mann. Ja, wir haben ihn von dem Creepy Circus. Remember? Wir haben ihn so bad. Wir haben ihn von dir schlappst. Ja, richtig. Dad, aim the Don. So, was? Du hast noch gewonnen. Weil ich mich. Warum bist du hier noch? Das ist ein bisschen rum. Hast du es gemacht? Nein. Das ist ein Problem. Tatsächlich bist du ein Herr, dass du es nicht mehr angenommen hast. Okay, wenn ich sie dann... Geschwisterlieber, wie man sie kennt. We don't even play games anymore. We don't do anything. Daniel, I just... I want to hang out with my friends sometimes. You're gonna be doing the same thing in a couple of years. Why? I don't want to grow up. Reform. Here. Sorry, I took it. That's what you wanted? That stupid watch? You said you'd give me one. At the thrift store last week. But you forgot. Like before. Well... You better keep this watch then. Wow! Thanks, Sean. I can't even ask. What is this? I'll keep it forever and ever. I'm sorry. im stück der rückblende zurück hier und jetzt die obdachlosigkeit auf der flucht in der harten realität das hundi kennen wir doch leck den schweißsocken ab sehr widerlich papa ist auch mit dabei erstmal seinen zacken nicht fühlen das teil damit mitgenommen zuerst sparta wir haben sie wieder getroffen wie es ausschaut ach das ist der brief von der mama an die eltern das haben wir schon gelesen 1.421 und wie ist er gegründet nach der stadt mitzunehmen 1.421 von das geht in die der die mann stand der geodert zu ist habe noch mal versucht den zu zeichnen ich bin jetzt nicht mehr cool ok die freundschaft ist ein bisschen auseinander gegangen wie es ausschaut ein kleiner sprecher ich habe ja schon im kleinen und kleinen teaser es gab einen kleinen teaser nach der nach episode 2 auf diese neu auf diese dritte episode da wurde ja schon was angeteasert und wir haben eine haschpfeife da freue ich mich ja das ist überküsstlich ich werde definitiv ja ihr wisst bescheid ich werde vor der dröhnung wenn ich die möglichkeit bekommen mal hey bed head hatte good sleep oh hi uh yeah i i did Was sind wir denn hier? Oh, ähm. Sie trägt ein bisschen wenig oben um. Was ist dieses Zelt? Kopfschild. Nicht schlecht. Okay. Sie können wir nicht aufwecken. Oh, keine mehr Fung. Es ist ein Mysterium, wie Finn kann so schrecklich sein. Und gleichzeitig stark. Wenn er das suchen will, will ich das eigentlich jetzt nicht in den Träumen der Zelt reingehen? Macht man eigentlich nicht. Den Hund müssen wir auch noch streichen. Hier das Zeltlager. Und ihr guckt uns zu. Das ist sehr schön, Stimme. Okay. Got it. Ich habe nicht memorisiert, was ich schreibe. Ich muss einen Blick nehmen. Ich habe genug gesehen. Zeit, zu schreibe. Das hast du aber auch schon besser gemacht. Hm. Sehr gut. Aber ich kann mehr Details, wenn ich will. Cool. Ich denke, ich bin bereit, das zu schreihen. Ah, siehst du. Geht doch. Aber immer noch. Ich muss noch mehr observieren, bevor ich tatsächlich schreibe. Zeit, um die Pen zu nehmen, Mann. Nicht schlecht. Mannschaft. Mannschaft. Freigeschaltet. American Goffity. Mhm. Da waren wir schon. Ein riesiger Momotbaum. Ich liebe diese Bäume. Ich liebe diese Bäume. Änterlich und majestisch. Solche gibt es hier. In Kalifornien. Einmal reinigen. Abwasch. Lebensplan. Einmal reinigen. Einmal reinigen. Einmal reinigen. Einmal reinigen. Tanks. Auffüllen. Generator. Aufstank. Und du deinen verfluchten Teil. Hunde strechen. Oder. Ja. Wie du nicht genug hast. Wie der Film. Der Sonne hat uns geholfen. Hund strechen. Oder. Einmal reinigen. Wie wir ein Teil von etwas. Wie wir ein Teil von etwas. Wie wir hier sind. Wie wir hier sind. Ich möchte dich heute mit dem Schein zu schweigen. Das ist so schweig. Das ist so schweig. Das ist so schweig. Du das hörst? Ähm. Ich hörst nichts, Penny. Hm. Vielleicht war das der Koffie. Nichts. Du kannst es hören? Nur. Ich verstehe. Ich verstehe. Warum? Wie du missen alle die Insekten? Wie die fuck? Die Swarm ist gekommen. Zzzzzzzz. Du meinst... Bugs? Ich habe nicht gesehen viele flying bugs. Not in the Winter, at least. Schein. Schein. Nark. Stealth drones. All that shit. Wake up, boy. Look up. You... Saw them? When? How? Because Vision and Sean... They watching us now. That would be shit for me and Anders to lose the job. The cash is good for us to travel. What? 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 Klinge mehr Drogengelder oder was? Wo haben wir die Tausend Dollar her? Sohn, auch hier. Um, Legal, aber Kontrolle. By who? Die bittes die gegen die Law. Yay! Freedom! Ich weiß, dass sich Dinge ändern muss. Oh, um... Hatte jemand gesehen Daniel? Ich habe ihn heute Morgen gesehen. Ich sah ihn mit Finn mit dem Weg. Ich bin auf der Lake. Danke, Ingrid! Ich... besser sehen was er ist. Was ist denn da von mir? Jakob... oder Jakob... oder Jakob... Du schläfst nicht mehr, du schläfst nicht mehr... Was ist das, Jake? Hey, Shawn. Ja? Nicht viel. Was hast du schon da? Uh, das ist ein Geburtstag für meine kleine Frau. Oh, ja. Good times. Aw, das ist schön. Wo ist sie? Oh, uh... Sie ist mit meinen Eltern, natürlich. Und wo würde ein 9-jähriger leben? True. Oh... Shoot. Ich meine... Ich meine... Ich meine... Daniel. Ich bin... Ich bin... Ich bin... mit deinem Bruder. Wir sehen uns. Ich bin... Ich bin... Bruder. Ich weiß nicht. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Angst, Sarah ist ein bisschen schuldig, weil ich sie verlassen habe. Insofern... Danke für deine Hilfe, Shawn. Ich muss es zu Ende ausführen, bevor ich bereit bin, für die Arbeit. Ich will nicht zu schnell sein, oder Big Joe will ich mich für Essen essen. Sarah? Hoffentlich nicht die Sarah. Wahrscheinlich aber schon. Obwohl die wahrscheinlich älter ist. Die Sarah, die ich meine, unkürt und anders zählt. Ich wünschte, dass ich es gemacht habe. Okay, ein Bücherregal. Wassertanks. Mein Geil. Ich muss die Schmerzen und die Kuchen später in der Nacht stecken. Ich wünschte, dass es mehr regnet wird. Schön, dass es frische Wasser gibt. Das Rehn war es eigentlich salzig und... ...müssen wir das nicht... ...erbkuchen muss man sowieso machen. Ich meine, ich weiß es nicht, aber... ...und ein bisschen Strom. Stromgenerator. Hundi. Noch mehr Streichchen. Streichchen helfen für Hundi. Du kannst es nicht genug geben. Na dann, schauen wir mal nach... ...Daniel. Daniel und wir nach dem See finden. Ganz genau. ... ... ... ... ... ... ... Das ist ein Alexander.